Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge GTA. Ja, Partypnüx hatte mal Lust, mit einem Bus vor unserer Firmenzentrale zu parken. Der ist ein bisschen verbollt, ich muss ein bisschen ausbollen. Partypnüx, der Boll, Doktor. Ich werde abgeschossen, lad mich schnell ein. Warte, ich musste jetzt erst mal gerade kurz Nachrichten checken. Von wem wurdest du? Bullen oder was? Nö, von irgendwem, irgendwelchen Spielern. Achso, ja. Ja, willkommen wieder zurück in unserer Firmenzentrale. Der Pnüx-Core. Was waren wir? AG, GmbH, CoKG, irgendwas mit... Wir waren eine KGAA. Genau, eine KGAA war. Ja, ähm... Machen wir heute wieder eine Spezialfracht. Und holen zwei Kisten gefälschte Waren. Die gefälschten Waren, die bringen wir wieder in unser Lager. Alle zu Fuß, nicht raus. Ja. Wie ihr hören könnt, der arme Partypnüx ist immer noch krank. Ja. 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 Ja, das ist aber... Das hat aber die Zeit jetzt gerade an sich. Wir sind ja jetzt im Februar. Ja. Willst du mich hier einschränken, oder? Ja, nein. Es sind noch 14 Tage. 14 schöne Tage. Bis zu meinem Geburtstag. 15 schöne Tage bis zu meiner Führerscheinprüfung. Und, äh... Man darf auch nicht vergessen, 13 Tage bis, äh, hier, äh, Valentinstag kam. Bäh, so ein Taktikai braucht kein Mensch, Alter. Nicht? Meinst du? Nö. Warum? Wie kommst du da drauf? Ja, wild. Ja, wild. Ja. Ja, es ist aber auch, äh, der Valentinstag ist genauso wie, ähm, wie ich finde, Weihnachten und, äh, all die anderen Feiertage, die so groß gefeiert werden, irgendwie zu Schulden... Also, es ist halt die Schuld von den großen, großen Einkaufszentren und Supermärkten und die Leute, die halt da dran verdienen, ne? Die sich die Taschen voll machen mit allen Scheiß. Oh, wir sollen die Helikopter erledigen, sehe ich gerade. Einer ist schon down. Toll. Ja, getroffen. So, wir wollen die Kisten holen. Ganz flott. So, ich bin jetzt gleich bei der ersten Kiste. Du bist der Körfeld eingefahren. Ja. Ja, fand ich jetzt sinnvoller. Boah, scheiße. Fahre mal drauf zu, Mann. Jetzt habe ich sie. So, zum Lagerhaus fahren. Oh, 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 oh. Hm? Nicht da lang. Sonst komme ich da nicht mehr raus. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn abgestürzt? Weiter rechts hier. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? nein nein ich bin wie bei einem rennen bin ich halt auf dem motorblock gefallen aber nicht so dass ich sage dass es explodieren würde es ist halt einfach dann explodiert weil ich wohl sehr sehr krass aufgekommen obwohl es war auch kein weitersturz kein so extremer stürz das gute ist die kiste ist jetzt rausgefallen sozusagen und ich konnte sie jetzt noch mal sehr gut wenigstens etwas ja sonst wenn uns andere leute gekillt haben dann waren die ja weg das war wahrscheinlich nur einfach unglücklich gefallen ach komm ja komm alter ein autofahrer der hat mich einfach gerammt die ganze zeit ich konnte nicht mehr weiterfahren der grunter ob das mache ich nicht mehr ja was ich eigentlich auch noch mal machen möchte ist das gebe ich jetzt auch in diesem video offiziell bekannt habe sehr lange nicht mehr gemacht ist mal wieder livestreams machen und irgendwas oder 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 ich habe mir eigentlich auch schon mal was überlegt aber da fehlen uns halt einige leute für und es ist halt immer immer wieder kacke wenn leute die eigentlich dabei waren dann auch abspringen ich habe gerade ich habe die nachricht gerade voll falsch gelesen welche nachricht ja ich habe eine nachricht gekriegt hier von dem agenten er hat dann so gesagt ja willst du einen gang holen hochschalten und ich habe dann gelesen willst du eine gang hochschalten ich so hä wie soll man da eine gang hochschalten oh man ey Wir schalten doch mal eine Gang hoch. Ja, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Vielleicht musst du die weiter oben im Telefonbuch einsortieren. Alter, der war so schlecht. Könnte von Jay kommen, wa? Es könnte aber auch hier von Gronkh und Tobi kommen. Alter, die haben auch immer so extrem niedere Witze. Das ist echt so geil. Vor allem Tobi. Gronkh springt du immer wie immer mit drauf an. Ja, aber auch geil ist auch der Witz immer mit Oak von Bram. Kann ich auch mal was davon haben? Das ist aber auch so, ey. Das sind so diese krassesten Flachwitze ever. Ah, na ja. Das ist halt. Good to see you, Boss. Good to see you, Boss. I'm caught.TV. Passwort unbekannt. Gib ich nie ein. Wollt's nur mal sagen. Ja, dann tippt dann einfach irgendeinen Scheiß ein, ne? Ich würde gerne selber mal irgendein Passwort festlegen. Oh. Noch zweieinhalb Minuten warten. Dann machen wir jetzt. Nein, zurück. Fahrzeughandel. Fahrzeug beschaffen. Versteht ihr? Oberklasse. Sterling GT. Pura. So, was ist das für ein Fahrzeug? Wir gucken uns das erstmal an. Oh, Alter, ist der nice. Der ist nice. Wollen wir doch mal gucken fahren. Ja. Wir gucken fahren. Wir gehen doch mal gucken fahren. Hm. Ja. Ach, mich juckt. Was? Ey, wo bin ich denn jetzt wieder rausgekommen? Ich bin auch woanders rausgekommen. Ach so, die machen gerade ein Rundenrennen. Ach, wieder da hinten. Ich bin wieder irgendwo im Arsch der Welt rausgekommen. So ein Scheiß, ne? So, komm. Gib Gas. Sabret Turbo. Gib Gas. Ich habe einen Übermacht. Sion. Caprion. Okay. Sion ist doch der Großrechner von Matrix. Oder nicht? Weiß ich nicht. Ich wollte mal Schlauberger sein. Hm, ich merke das schon. Ey, ich habe Matrix echt. Damals habe ich Matrix gefeiert wie sonst was. Ne? Und dann hat mir der scheiß Religionsunterricht Matrix voll, voll, ja, ich sag mal, ja, zerstört. Also die Suppe voll versalzen sozusagen, weil der Lehrer hat Matrix so auseinandergenommen und alles, alles, was da drin war, so detailgetreu ins Religiöse gezogen. Zum Beispiel Nebukadnezar, was das für eine Bedeutung hat und, Alter, echt. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf diesen Film. Ich habe ihn danach nur noch gehasst. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe alle erst einmal gesehen. Ich fand sie gut. Ja. Gut, dass du sie nie im Religionsunterricht gesehen hast. Nein. Der Lehrer, den ich echt hatte, das war schon... Er war eigentlich, was sein Fach anging, was Religion anging, war er echt top. Aber, dass er immer irgendwelche Sachen, die gesagt wurden oder gemacht wurden oder Filme, insbesondere halt Matrix, so auseinandergenommen hat. Also so, es war halt... Irgendwo war es da nicht mehr witzig. Also ich habe das Gefühl, das Auto kommt nicht aus dem Quark. Für meinen aber auch. Genau dasselbe. Ich bin so blöd. Ich dachte so, komm, kürz du mal ab, dann bist du schneller da. Dann bin ich für so einen Idiot durch die ganze Weltgeschichte geflogen. Hast du ihn? Hm. Da musst du doch den... Alter! Fett, ganz, ganz komisch. Wieso? Weiter, warum? Weil du ständig abbremst und schneller fährst. Achso. Das macht der Lehrer her. Warte. Achso, du hast das Auto noch nicht. Ich dachte, du hast das Auto schon noch. Nein, 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 nein. Ich stelle mich gerade an wie der größte Noob des Jahres, ey. Ich habe das Auto. Sehr gut. Alter, sind das geile Karren. Boah, der hat Flügeltüren. Ja, haben die alle, diese ganzen Oldtimer, die hier rumfahren. What the fuck, Alter, die Tür war doch zu. Hast du dir jetzt auch so einen genommen? Ja. Alter, ich will so einen als Privatfahrzeug haben, ey. Ich finde die klingen voll geil. Ja. Alter, das nächste, was ich mache, Leute... Mein Fuß juckt. Boah. Ich werde mir dieses Auto kaufen, Alter. Oder eins, was so ähnlich ist. Ich finde, ich finde das Auto geil. Auch wenn es ein Oldtimer ist. Es hat Flügeltüren. Das ist schon mal genial. Zweitens, es klingt geil. Und drittens, es sieht einfach mega nice aus. Und es erinnert mich an Mafia, das Spiel. Ja. Es hat auch echt Spaß gemacht, das Spiel. Ich habe es nie... Ja, ich habe es nie komplett durchgespielt, weil... Ich hatte es auf der PS... 3? Oder hatte ich es auf der PS... Doch, auf der PS3. Ich glaube, das war so ein Mafia 2. Auch auf der PS3. Und... Und... Mafia 1 war PS2, glaube ich. Genau, Mafia 2 habe ich gespielt. Ja, ich auch. Und, ähm... Das einzige Problem war, meine PS3 ist damals dann kaputt gegangen. Deswegen konnte ich es nie zu Ende spielen. Ich habe es zu Ende gespielt. Ja, das... Es hat aber echt Spaß gemacht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen... Ich weiß jetzt nicht, wie die anderen das sehen. Die können es ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Ja. Ich fand den Anfang des Spiels deutlich besser als das Ende. Das habe ich aber auch gelesen. Ja, das habe ich auch auf vielen Seiten gelesen. Weil... Weil es halt immer mehr abgelassen hat wohl. Ja. Ich habe so ungefähr bis Mitte des Spiels gespielt. Ich habe das auch gemerkt, dass es halt von Zeit zu Zeit immer mehr so langweilig wurde und öde, weil du fast immer dasselbe machst. Ja, und irgendwann gehen dir diese Zeitsprünge auf den Sack, hä? Ja, das ist auch heftig, ja. Aber... Ich muss sagen, ich habe halt die 50% des Spiels oder etwas mehr, habe ich genossen eigentlich. Ja, und was ich halt auf jeden Fall noch einmal komplett durchspielen möchte, und das werde ich auf jeden Fall noch machen, ist bevor Red Dead Redemption 2 kommt, nochmal Red Dead Redemption spielen. Ja, überlege ich auch, dann nochmal meine PS3 rauszukramen, und das dann nochmal in die Hand zu nehmen. Das werde ich auch machen, auf jeden Fall. Und was... Oh, Alter. Was halt auch ein geiles Spiel ist, was zur Zeit auf dem Markt ist. Ist aber leider für PS4 und Xbox nur erhältlich zur Zeit. Weil es für den PC noch rauskommen soll, ist Monster Hunter. Oh, das ist auch geil. Aber ich weiß nicht, ich spiele ja schon so ein ähnliches Spiel, Black Desert Online. Und... Ich weiß nicht, ob sich das... Für mich lohnt, noch so ein Spiel anzufangen. Weiß ich nicht. Weil an Witcher zum Beispiel, was eigentlich ein geniales Spiel ist, habe ich die Lust verloren zur Zeit. Das ist... Finde ich relativ schade. Ich würde mich gerne nochmal dransetzen und vielleicht auch ein paar Folgen im Einzelplayer mal aufnehmen, aber... Ich habe echt irgendwie die Lust verloren an diesem Spiel. Und ich suche immer noch so ein... Uuuh... Zwei-Player-Spiel, was wir uns... Zusammen mal reinziehen können. Oh, wo fahre ich eigentlich hin? Ja, was wir einfach mal so zusammen spielen können. Was ein bisschen Spaß macht. Ja, wie gesagt... Auch wenn das jetzt vielleicht nicht so riesig ist, das Spiel, aber einfach Left 4 Dead 2. Das hat immer Spaß gemacht. Immer. Oh. Es kommt ja eins... Ich weiß nicht, ob das schon... Am Zeitpunkt der Aufnahme schon raus ist. Aber... A Way Out. Hast du das schon mal gesehen? Nee, habe ich noch nicht. Das ist ein Zwei-Player-Korps-Spiel. Ähm... Es sind zwei Freunde oder Brüder oder was auch immer. Ähm... Und du musst halt im Koop an bestimmten Stellen oder von irgendwo entfliegen und kommen. Dann gibt es solche Situationen wie, du musst so einen Lüftungsschacht hoch und die beiden haken sich so in die Arme und drücken mit beiden Beinen gegen die Wände und versuchen halt hochzuklettern und sowas. Mh... Ist halt mega nice auch. Finde ich. Wenn das mal rauskommt, könnte man das antesten. Ja. Ist sowas wie Portal, nur halt ohne Portal-Guns. Ja? Auch mit so Kammern, musst du halt überlegen, wie kommst du da raus und so. Let's do it. Großer... Ja. So, meine Freunde, wir sind wieder im Organisationshaus angekommen. in der PYX-Core. Ich habe es schon wieder vergessen. KGA. KGA. Und es ist schon wieder soweit. Ich muss mich leider wieder von euch verabschieden. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis dahin. Viel Spaß. Ciao. Tschüsschen.